Ja, gut, ist wieder ein Nebenklub. Oh, das war ein Goldener. Gib mir den goldenen Apfel! Quatsch, den goldenen Apfel. Na gut, aber gut. Ich werde diese Röder zwar nicht gewinnen, aber es macht Spaß. Na, kriegen wir den noch? Ah, Cortex, ja genau. Ja. Ich würde gerne einen Pilz, irgendwie. Okay, ab jetzt legen wir los! Ich hätte ganz gerne einen goldenen Pilz gleich zu Anfang hier. Aha, Cortex. Oh, sehr gut. Schuhe, die Schuhe wieder weg. Geil. Wieso hau ich den immer daneben? Ist nicht schön. Ne. Also diese Runde ist ganz schlecht. Seit ich kriege noch ein paar Goldene. Glaube ich gerade nicht. Man muss einfach mal glücklich stehen, wenn ein Goldener Pilz auftaucht. Ist klar. Ja. Zitter, Randa Bilz. Zitter, zitter, zitter. Ja. Haha. Ja, der war doch wohl getroffen, oder was? Ja. Zahra. Ja, hallo. Ich möchte einen Pilz. Oh, ich kriege nicht mal die Kiste. Also der Rillaru, der ist hier echt nicht schlecht. Das muss man immer neidlos anerkennen. Trotzdem wäre ich, dass wir das jetzt mal eben zu Ende machen hier. Und dann kriegen wir das dann im nächsten Mal hin. Das ist ja das seit langem mal wieder ein neues Level. Und vor allem, dass wir mal ein Pokal hier erreichen müssen. Das ist ja auch ein neues. Was neues, altes. So. Ach so, wir können sogar mehr ausholen. Das ist mir jetzt erst so geschnallt. Ja. Ja. Ah. Gut. Wir haben zwar eine Druckwelle, die wir dann erzeugen können, aber Punkte bringt es die gleichen, wenn wir aufkloppen. Von daher scheiß doch was da drauf. Wie kann es mal so sagen. Also mit so einem Blitz können wir auch die, äh, Pilze so im Umkreis erwischen. Das finde ich eigentlich auch noch ganz cool. Einfach immer fleißig draufkloppen und gar nicht groß auf die Punkte achten. Ich denke, so werde ich das machen. Und da haben wir einen Goldenen für uns. Jawohl. Das ist doch gut. Das freut mich. Das lässt unsere Chancen ein bisschen steigen. Ja, danke. Das ist noch ein Golder für uns. Jawohl. Das ist gut. Ach, klappt euch doch mal, Pilze. Hier so ein Zitterndach. Ja, haben wir. Ha. Ja, siehste. Wir können es auch. Wie er auf seinem Schwanz hüpft. Das ist ja auch mal geil. Drei, zwei, eins, los. Den hier. Zack. Genau. Pilze, Pilze, Pilze. Ich brauche Pilze. Das ist ja eine ganz coole Level-Idee. Ich mag die. Das war ganz gut. Also wenn man so einen Blitz hat, sollte man sich schon irgendwie am besten in so eine Menge stellen, wo eine Menge Pilze rumlungern. Zack. Das war gut. Ich hätte ganz gern noch einen Goldenen. Würde ich nicht Nein sagen. Dann ist ja ein Goldener. Jetzt ist er weg. Hallo, ich brauche Pilze. Ey, sag mal. Wir wollen mich doch einfach kackeiern hier. Moment wächst hier gerade sehr wenig. Oh, der bringt sogar 15, wenn der zittert. Das wusste ich gar nicht mehr. Das ist doch nicht super gut. Knappes Nennen hier. Momentan ist auch noch Cortex vorne. Ne, komm. Wachen würde ich haben. Scheiße. Ne, da wird nichts mehr. Nichts für mich. Ne. Unentschieden. Ach, das gibt's auch mal wieder. Tatsächlich mal unentschieden. Drei. Zwei. Eins. Los. Das zweite Mal, glaube ich, erst in diesem Let's Play, dass wir das Wort unentschieden hören. Das ist auch nicht während der Zeit passiert, als ich aufgenommen habe, ohne euch das zu zeigen. Also, ich habe noch nie ein Remis rausgeschnitten. So, das wollte ich eigentlich damit sagen. Ich kann mich auch kompliziert ausdrücken, ja. So, dann nehme ich das hier hier und oh, den gelben. Den gelben Gold. Den nehmen wir natürlich mit. Ah, der, au, wenn er ganz, ganz stark abzittern ist, gibt's sogar fünf, wenn du das gesehen. Und den hatte ich eigentlich getroffen, dachte ich. Oh nein, dann haben wir ihn nicht gegönnt. Oh, komm. Jawoll, meine. Oh, ich hab sogar fünf für den gekriegt. Und hier ist ein Gold, den will keiner. Doch, Gott, denkst du leider. Aber ich mag dieses Spiel. Ist cool. Ja, genau. Mist, ist ja da hinten wieder einer in gelben, vielleicht. Also, goldenen. Ah, jetzt hab ich mal einen. Jawoll. Das war meiner, haha. Na, das ist nicht so gut, dass du den hast. Auch den will ich haben. Mist. Hab ich den gekriegt? Ich glaub nicht. Na gut. Da hätte ich eigentlich ein bisschen weiter nach rechts gehen müssen, aber okay. Pilz, einen Pilz noch, bitte. Den krieg ich noch. Gut. Jawoll. Schon zwei. Oh, es steht zwei, zwei. Es wird knapp, ein knappes Rennen. Wir dürfen Rillaru nicht gewinnen lassen. Au. Da will ich den, will ich den, will ich. Ja. Haben wir. Autsch. Komm her. Ja, das ist gut. Ja, das hat nicht viel gebraucht. Immer sind die beiden umgefallen. So. Kartex, geh weg hier. Mein Bereich. Kannst da oben rumtülen. Oh, den will ich haben. Keiner sieht den, keiner sieht den. Ich krieg Pfuffse dafür. Ja, ich treffe gar nichts mehr. Auch nicht so eine Sache. Ich bin hier gerade total überfordert. Ich sehe hier überhaupt nichts. Oh, er hat noch gekriegt. Oh, da ist noch ein Golder für mich. Jawoll. Oh, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Wenn ich jetzt nicht total versiebe, dann haben wir den Pokal. Und das sind ganz, ganz seltene Worte mittlerweile für einen Bremer Fan. Wir haben den Pokal. So, durchgemauern. Und wieder was gekriegt. Und wieder. Schon über 100. Haben wir. Einen noch? Ne. Aber richtig gewonnen hier. Sehr gut. Wir haben eine Trophäe. Dann ist doch mal gut gelaufen. Ab zum nächsten. Drei. Zwei. Eins. Los. Tja, und weil es gerade so gut lief, habe ich mir gedacht, machen wir doch den Edelstein Cup gleich hinterher. Hier müssen wir halt wieder ein paar mehr Punkte abarbeiten als die anderen. 20, um genau zu sein. Das sollte aber nicht das große Problem sein, denn eben hatte ich ja 60 Punkte Vorsprung. Das heißt, wenn es richtig gut läuft, kriegen wir das auf jeden Fall schnell gebacken. Ich sollte nur auf jeden Fall so einen Golden erwischen. Und das haben wir auch gerade gemacht. Das finde ich gut. Am besten noch einen Goldenen und dann sollte das unsere Runde sein. Dazu musst du noch einen Goldenen auftauchen, ne? Aber noch Sehigkeit. Da ist einer! Jawohl. Läuft. Okay. Im Flugen sind wir schon mal. Das ist schon mal, äh, was? Bams. Alles meine. Oh, der Schuh ist gut. Der Schuh ist sehr gut. Damit können wir notfalls direkt zum Goldenen Sprinten. Sprinten. Oh, da ist er ja. Jawohl. Geschafft. Gewinnst. Hahaha. Das nenne ich doch mal schnell. Ergattert hier. Komm, gleich den Kristall hinterher. Drei. Zwei. Eins. Los. So, nachdem wir den rekordverdächtigen Pokal im Edelstein-Captor geholt haben, holen wir uns jetzt auch noch das Kristall. Das Kristall. Den Kristall. Obwohl ich jetzt gerade gar nicht genau weiß, was jetzt hier die Sache ist. Ich glaube, wir dürfen bestimmte Pilze nicht treffen. Irgendwas war damit. Oh, da ist was Goldenes. Ich muss nicht ran. Aber wir kriegen auch noch einen ab. Bin ich schon überzeugt. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Schneelandschaft. Auch ganz hübsch. Ja, dankeschön. Ja. Hinter mir ist was. Ich hab den bekommen. Hahaha. So. Was war denn jetzt hier die Schwierigkeit? Ich weiß gar nicht. Die Zeit wahrscheinlich. Oh, ich wollte nicht. Genau. Der einzige, der hier hinten rumlungert. Das war Gold. Nein! Verdammt! Er hat es schnell dazu gehauen. Du Penner. Koala-Penner. Ja. Ist klar. Na, hinten ist Gold. Den hab ich nicht bekommen. Ist ja schade. Das ist Gold. Ja, ja, ja. Alter, Koala, wie gehst du ab? Ich seh das gerade. Was hast du denn für Punkte? Hast du die ganzen Pilze eingesammelt oder was? Du versagst. Jo, ja, ja. Ich seh das. Kleiner Mal. Zwei. Eins. Los. Weiter. Aha. Ja, ja, ja. Was macht ihr denn hier? Ich flieg die ganze Zeit nur in die Luft hier. Schade. Na, komm. Den nehmen wir. Ne, nehmen wir nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie er den gekriegt hat. Ich jedenfalls nicht. Schade. Okay, es ist ein bisschen schwieriger, obwohl ich nicht genau weiß, warum. Ah, das werden wir irgendwie hinkriegen. Ein Level, bei dem man nicht so schnell verzagen sollte. Und das ist das nicht mal nicht meiner. Die können schneller zuhauen. Kann das irgendwie sein? Ja, nur. Hey, das ist meiner. Was soll denn das? Zweimal draufgehauen, nicht gekriegt. Das Spiel ist, glaube ich, gerade wieder ein bisschen verpackt. Keiner will den goldenen. Wieder nicht bekommen. Hallo. Also, irgendwie habe ich gerade nicht so wirklich das Glück, glaube ich. Du versagst. Ja, aber richtig. Ganz schön doll versagt. Zwei. Eins. Los. So. Bams. Bams. Ja. Läuft. Hallo. Darf ich den mal haben? Ja. Sag mal, haut mir doch nicht immer auf den Kopf. Kümmern euch lieber um eure Pilze. Das ist viel wichtiger. Sprecher aus Erfahrung. Nein, ich meine nicht irgendwelche komischen anderen Pilze. Da habe ich keine Erfahrung. Das würde ich auch nicht haben. Mist. Da hätte ich ja neben mir gekloppt, sonst wäre das gut gewesen. Ah. Es wäre aber einer gewesen. Dauer. Mann, was ist hier los? Pilze. Ich brauche Pilze. Verdammt. Ich brauche Pilze. 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 Ich brauche Pilze.